Hallihallo und recht herzlich willkommen zurück zu Let's Play New Pokémon Snap. Jawohl, einmal von 100 Versuchen haben wir es mal wieder richtig geschafft. So, wir erkunden heute eine weitere Meeresregion. Ich habe mich umentschieden, wir reisen nicht zuerst nach Bellus und machen den Wandelwald, sondern wir bleiben auf Kopja und schauen uns heute mal den Meeresgrund von Lentil an und was da an Pokémon so rumirrt. Genau, auf Level 1. Joa. Wir wissen sowieso, ein paar Routen müssen wir irgendwann nochmal machen, damit wir dann auf Level 4 kommen, dass wir vielleicht die Legendär mitnehmen können. Oh, Libiskus. Das erste Pokémon, was uns da entgegenstrahlt. Infineon, Carpador unter Wasser. Machst du irgendwas? Ne, du bist einfach nur langweilig, okay. Wir müssen aufpassen, wir dürfen nicht zu viele Fotos von Anfang an machen. Weil wir ja erstmal die Route anschauen müssen, wo wir eigentlich irgendwann langfahren. Weiß natürlich auch nicht, was hier am Boden so rumkraxelt. Ja, Finneon. Aber der viel coolere, viel coolere Pokémon ist hier Lumineon. Ähm, die Weiterentwicklung von Finneon. Schau mal, willst du den haben? Den Apfel. Nee, willst du nicht haben? Okay, dann halt nicht. Ja gut, sie leuchtet. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Sie leuchtet. Ja, das ist wichtig, dass wir dich wegkriegen von da tatsächlich. Da wird ein Foto von der Kristallblume machen. Ja, okay. Wenn sie leuchtet, können wir es vielleicht nutzen für die anderen Inseln. Ja, sie leuchtet tatsächlich. Kristallblumefoto. Vielleicht können wir das dann für die Rückkehr auf die anderen Inseln nutzen. Sprich, oh, ein Weidelma in Zusammenspiel mit Octillery. Das ist auf jeden Fall ein Zwei-Sterne-Foto mindestens. Hallo, fettes Weidelma. Hallo. Oh, fancy shit. Da gibt es hundertprozentig, ist es hundertprozentig eine Zwei- Oho. Oho. Wie geil. Sieht richtig nice aus einfach mal. Und sie jagen irgendwas. Sie jagen irgendwas. Sie jagen irgendwas. Oh no. Hallo. Was genau jagt ihr? Sie fahren einfach nur im Kreis. Kann das sein? Armes Achtillery. Voll getroffen. Schade. Ein Baldorfisch. Ein Kugelfisch. Das ist ein fetter, fetter Fisch. Warte mal, gehen wir den nochmal hin? Ja. Wie witzig. Guck mal, bleibt ihr an die Haften, wenn ich ihn auf die schmeiß? Ja, witzig. Oh mein Gott, wie witzig. Was war das? Oh, Tentoxa. Hat mir nicht schon voll gefehlt, die ganzen Zentachas. Immer. Immer und überall bei den ersten Editionen. Ich glaube, das sind die sauer. Gab mir mal eine Folge, wo Tentoxa die zwei Türme kaputt gemacht hat. Ich würde, das dürfte in Deutschland nicht ausgestrahlt werden. Genauso wenig wie in den USA. Oh, Mantax. Unter Wasser. Sehr cool. Das ist doch scheiße, Alter. Da denkst du, geil, kannst du noch Bilder von Mantax machen. Zack, nee, vorbei. Okay, wir sind mal für die zweite Runde. Wenn wir uns hier nicht sofort auf Level 2 pushen, was ich nicht hoffe. Aber wir haben viele neue... Haben wir so... Nee, wir haben eigentlich gar nicht so viele neue Pokémons gesehen. Libiskus, Weimar. Eins, zwei, drei, vier. Wir haben auf jeden Fall die Kristallblume fotografiert und die können wir mitnehmen. Libiskus, ein Sternfoto. Lumineon haben wir da eigentlich mal ganz gut erwischt. Tentoxa, kein einziges Mal richtig schön von vorne. Überhaupt doch zwei Sterne, weil wir einen Apfel drauf geworfen haben. Und ein Drei-Sterne-Foto. Dann nehmen wir doch die Drei-Sterne-Fotos mit, komm. Weil wir drei Sterne nehmen wir auch mit. Kristallblume, ich hatte es befürchtet. Und somit müssen wir nochmal zurückkehren auf die anderen Inseln in den nächsten Folgen, wenn wir hier fertig sind. Weil wir dann vermutlich die Nachterforschung auch machen können. Sprich, wir können dann zum Beispiel auf Kopia am Strand auch auf Gengar treffen. Was nehmen wir denn da? Das ist ganz witzig. Nee, da haben wir ihn nicht ganz drauf. Ach komm, nehmen wir das doch, nehmen wir das doch. Toheido. Da war ich richtig ein gutes Foto. Nehmen wir das noch mit. Octillery Drei-Sterne. Haben wir noch? Nee, wieso hatten wir noch kein Octillery Drei-Sterne-Foto? Das ist jetzt auch nicht special, das ist einfach nur von hinten fotografiert. But well, nehmen wir mit. So, Professor Myra, zeig uns mal, was du an Punkten so verteilst. Fast Carpador. Ja, schaut einfach, schaut realistischer aus, dann bleiben wir bei dem Foto. Finion. Von unten, wow, weiß, blubbert. Wahnsinn. Nee. Libyskuss. Jawohl, ein neues Pokémon für unseren Ordner. Lumineon. Sieht richtig cool aus, bei dir. Mal gut erwischt. Dein Toxa. Weimar im Kampf mit Octillery. 4200 Punkte, Alter. Octillery. Und drei Stunden von Tuto Heido. Ja, wir bleiben dort sind, bei dem wir. Baldorfisch. Da haben wir 4.000 Punkte aus, sondern der Mist. Ein bisschen niedrigere, Kristallblume. Und dafür werden wir jetzt, glaube ich, die Strecke nicht neu starten, weil wir dafür wahrscheinlich jetzt zurückreisen müssen, erstmal zum Basiscamp, weil wir jetzt wieder eine Einleitung kriegen, wo uns gesagt wird, dass wir jetzt Fotos auch auf den anderen Inseln bei Nacht und Kogge machen dürfen, wahrscheinlich. Oh, da haben wir Glück gehabt. Und sonst hätten wir jetzt... Ja, nee, nee, hätten wir eigentlich nicht. Bleibt da bei derselben, bei derselben Runde, wahrscheinlich. Aber, sonst hätten wir jetzt gleich was Neues miterlebt. Also können wir froh sein, dass wir hier nochmal eine Runde 1 machen dürfen, hier. So, übrigens. Genau. Ich hab's befürchtet. Zum Basiscamp. Finde ich ein bisschen dumm, dass sie es nicht so eingebaut haben, dass man sich den Cut und die Cutscene anschaut und dann die Strecke neu starten kann. Badwell. Also, Professor Mirror. Ich konnte endlich Luminar-Kugeln entwickeln, die im Copia-Achipel eingesetzt werden können. Sehr schön. Es lohnt sich also nochmal am Strand und beim Riff vorbeizuschauen. Ja, werden wir machen. Aber wie gesagt, erst wenn wir hier wieder fertig sind. Also wenn wir hier Level 3 erreicht haben. Rosa Luminar-Kugel. Du hast die Luminar-Kugel für Copia erhalten. So. Toll. Und jetzt dürfen wir hier wieder rein. Wir dürfen das Ganze wieder laden. Zurück in die Unterwachsenwelt. Meeresgrund von Copia. Äh, von Lentil. Kein Pokémon, keine Punkte. Ja gut. Welch Wunder. So. Zweite Runde 1. Hat er hier gepupst? Hat sich so angehört. Schau mal. Die schmeißen können. Wie weit fliegen wir? Oh mein Gott. Die fliegen anders. Da passiert einfach gar nichts. Ich dachte, da passiert irgendwas. Ach, witzig. Okay, sieht schon cool aus. Äh, 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 äh. Nee, sind wir schon zu weit weg, ja? Ja, sind wir schon zu weit weg. Nee, komm. Beweg dich halt nicht weg, Mann. Leck mich. Ich nehme diesmal mit. Leuchten. Leuchtet wieder da hinten. Statt halt mit der wenigen Gelegenheit aus, als wäre es einfach eine Alge. Das war eigentlich so, stellen wir noch Pokémon drinsitzen könnten da hinten eigentlich. So, drehen wir uns mal um. Diesmal wird weit mal wieder zum Kampf ausholen mit Auxiliary. Du Arschgeige. Hast du verdient. Ach, nein. Dann verschwindet jetzt auch, wenn du was auf mich wirst. Na, das ist ja ein Zufall. Was machst du, wenn ich jetzt eine Luminar-Kugel auf dich werfe? Das ist gar nicht so einfach. Witzig. Ah, ich wollte keine Luminar-Kugel. Ich wollte einen Apfel auf sie herfen. Ich glaube, ich habe da gerade ein paar Tohaidos ein bisschen sauber gemacht. Akzilleries beleidigt da unten. Ähm, so, Baldorfisch. Was macht ihr denn, wenn ich euch hier eine Luminar-Kugel nach euch schmeiße? Gar nichts. Wow. Ich dachte, ihr würde wieder platzen. Ich mache es mir ein bisschen einfacher. Das ist ja so witzig. Aber es ist halt so schnell, du kannst kein Foto machen, weil es so schnell weg ist. Das ist ein bisschen schade. Aber es ist okay. Ein normales Foto von Baldorfisch. Ist da hinten links unten? Warte, da fliegen wir jetzt. Äh, ja genau. Da fangen wir jetzt durch. Nennen sie nicht den Toxos? Ich dachte, dass sie vielleicht irgendwie sich bewegen. Sie machen halt gar nichts. Ich dachte halt irgendwie, dass sie mich irgendwie so angreifen. Oder mal kurz, äh, wie soll ich sagen? Ähm, ein bisschen, ein bisschen runden. Und sagen so, ey, Alter, von dir Zipfel lassen wir uns nicht angreifen. Aber nee. Dann talkst du halt so, ja klar, haut drauf. Das sind nur hässliche, kleine Quallen. Ah, geht doch. Oh, es frisst sogar. Oh, diesmal erwische ich euch. Es ist ein dummes Ende. Sie hätten es noch ein bisschen weiter um die Ecke fahren können, sodass du manntags vielleicht noch hinterher schwimmst oder so. Aber gut. Zwei Runden geschafft. Das heißt, wir haben in der nächsten Folge Level 2 von der Nase. Das heißt, wir werden auf neue Pokémons treffen. Elf Pokémon fotografiert. Sagen wir mal, haben wir jetzt irgendwie zwei mehr fotografiert als letztes Mal? Oder habe ich irgendwas verpasst? Libiskus. Guck mal, zwei Sterne. Der Pups von Libiskus hat gereicht. Corazon. Hat sich nichts geändert. Carpador. Drei Sterne. Hey, jetzt hätten es schon mal vier sein können, sodass du das frisst. Phineon. Oh, das ist eigentlich schön, das Bild. Taugt mir. Wir vergleichen es mal nach. Alumineon. Da haben wir ein Zwei-Sterne-Wild. Das haben wir noch nicht. Jawohl. Freut mich, dass wir das hingekriegt haben. Octillery. Drei-Sterne-Foto. Ja, ist auch viel besseres Drei-Sterne-Foto. Als das, was wir vorher gehabt haben. Tentoxa. Fünf Zwei-Sterne-Fotos. Da fehlt uns ein ganz normaler Ein-Sterne-Foto noch. Aber machen wir ja nicht. Zwei-Sterne-Fotos, weil das Ein-Sterne können wir uns locker holen. Baldorfisch. Ein-Sterne-Foto. Jawohl. Haben wir hier mit. Mantax. Ja, ist ja schön und gut, aber... Ja, reicht halt nicht. Tohaido. Und da haben wir unser Zwei-Sterne-Foto. Ein beißendes Tohaido war das Ziel. Also nehmen wir an, dass wenn wir es geschafft hätten, im Riff auf Stufe 1 den Apfel auf Tohaido zu werfen, wo er uns dann angreiftet mit dem Biss. Da waren wir zu nah dran. Sprich, wenn es weiter weg gewesen wäre, hätten wir es locker schaffen können, die Zwei-Sterne. Gut zu wissen. So, Liebesgruß Zwei-Sterne. Corazon. Wir bleiben bei dem, was wir haben. Carpador. Wir bleiben bei dem, was wir haben. Wobei das irgendwie nicht so geil ist. Ich finde das irgendwie witzig. Nehmen wir das doch. Finneon. Das ist cute, das Foto. Das nehmen wir. Luminäon. Das nehmen wir automatisch mit. Octillery. Ja, verstehe ich nicht. Wir nehmen das da. Natürliche Feind, das Weilmar. So, Heido beißen. Damit haben wir einen kompletten Eintrag. Wundervoll. Montags. Bleiben wir beim alten Foto. Balderfisch. Neues Foto. Stufe 1. Dentoxa. Neues Foto. Stufe 2. Und damit sind wir fertig für die heutige Folge. Das heißt, wir reisen zurück ins Basiscamp. Holen uns aber erstmal noch die Forschungslevel-Erfahrung ab. Katapultieren uns auf Level 2. Oder hast du einen neuen Forschungslevel erreicht? Ach, echt? Du bist aber ein schlauer Professor. So. Nichts, Strecke neu starten. Machen wir das nächste Mal zum Basiscamp zurück. So. Ich suche jetzt noch ein neuer Stuntmate aus. Und dann haben wir die Folge zum heutigen Sonntag. Dann kommt später noch NHL. Und dann war es das für heute. Ich bedanke mich für's Zuschauen. Sagt Ciao mit V. Bleibt gesund. Wir sehen uns das nächste Mal. Und ja. Immer brav neue Fotos schießen. Bis dahin. Ciao mit V. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Untertitelung des ZDF, 2020